An der anderen Seite brauchen wir Kunststoff in sehr vielen Bereichen. Ich möchte Ihnen daran appellieren, dass wir Plastik und Kunststoff nicht per se verteufeln, sondern wirklich auch die Frage, um den Plastiksackern, also dort brauchen wir es in beiden Bereichen nicht. Als Gesundheitspolitikerin bin ich froh, dass im Supermarkt mit Plastikhandschuhn, also Kunststoffhandschuhn an der Hustdecke handiert wird. Weil das nämlich zeigt, dass es dort offene Ware gibt und nicht alles in 15-fach Verpackung irgendwo im Kühlregal liegt. Das dazu.